Musik Historische Nutzfahrzeuge haben von jeher einen ganz besonderen Charme. Zur Spezialadresse für den Handel und die Restaurierung solcher Lkw in Europa hat sich die Hoffmann-Gruppe in Oberhausen entwickelt. Firmengründer Helmut Hoffmann und sein Sohn Sascha verfügen über ein rund 50.000 Quadratmeter großes Areal, auf dem die Zeitzeugen der Nutzfahrzeuggeschichte wieder lebendig werden. Ich meine, ich bin Idealist. Ich habe die Fahrzeuge vor 30 Jahren schon gesammelt. Hatte auch die Möglichkeit, mit dem Gelände und mit den Hallen die Autos hier abzustellen, was auch zu der Halle passt. Heute, nach so vielen Jahren, bin ich froh, dass ich das gemacht habe. Und das wäre heute nicht mehr möglich, die Autos noch einmal zu sammeln. Und viele Autos, die jetzt hier einmalig sind, sind für den einen oder anderen, der gerne so ein Auto hätte, ja ganz interessant. Und wir sind auch in der Lage, so ein Auto zu restaurieren. Entwickelt hat sich alles aus einem Speditionsbetrieb und dem jahrzehntelangen Handel mit gebrauchten Nutzfahrzeugen, bei dem alte Lkw immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Längst sind die Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge und das Nutzfahrzeuge-Veteranencenter Oberhausen beste Adressen für alle Freunde von historischen Lkw und solchen, die es noch werden wollen. Denn Erfahrung, Auswahl und Begeisterung ergänzen sich hier zur Leidenschaft. Diese beiden Experten wissen genau, worauf es ankommt. Helmut und Sascha Hoffmann, ein eingespieltes Duo Vater und Sohn. Ihre Kompetenz beginnt bereits bei der Suche nach gebrauchten Ersatzteilen, von denen das Unternehmen zigtausende auf Lager hat. Für alle Hersteller, alle Modelle und alle Baujahre. Ersatzteile zu finden für historische Nutzfahrzeuge ist relativ schwer. Allein durch die Vielfalt der einzelnen Nutzfahrzeuge wurden auch dementsprechend über die Jahre hinweg sehr, sehr viele unterschiedliche Teile produziert. Ersatzteile gibt es aber meistens aus Altbestand gar nichts mehr. Man muss also sehr viel nachfertigen oder man muss einfach, auf deutsch gesagt, bei uns anrufen. Denn wir haben über Jahre hinweg, 30, 40 Jahre lang, fast so lange, wie wir unsere Fahrzeuge schon sammeln, haben wir auch die Altbestände an Ersatzteilnehmern mit aufgekauft. Und bisher konnten wir eigentlich noch fast jedem Kunden oder Interessenten helfen. Bei den Hoffmanns stimmen selbst bei gebrauchten Teilen die Auswahl und natürlich auch der Preis. Hier finden sich sogar noch Ersatzteile, von deren Existenz viele weder wissen noch ahnen. Das Angebot reicht von der kleinsten Schraube bis zum kompletten Aggregat. Wir haben sehr viele gebrauchte Motoren für fast jedes Fabrikat, für fast jede Epoche. Diese müssten wir natürlich im Einzelnen überprüfen, weil die sich alle im gebrochenen Zustand befinden. Sollte so ein Motor aber komplett überholt werden müssen, wären wir auch in der Lage, die Teile nachzufertigen bzw. aus Altbeständen zu liefern. Aber auch der riesige Bestand an auf den ersten Blick schrottreif wirkenden Karossen ist von großer Bedeutung. Denn sie bilden bei vielen Restaurierungen die Basis dafür, dass alte Lastwagen überhaupt wieder in die Gegenwart zurückgeholt werden können. Neben aufwendigsten Komplettrestaurierungen gehören aber auch Teilrestaurierungen zum Leistungsangebot des Unternehmens. Generell sind solche Restaurierungen so stark gefragt, dass im Auftrag des Nutzfahrzeuge-Veteranencenters ständig ein großer Vorrat vorgehalten wird. Hier ist die Auswahl an historischen Nutzfahrzeugen ebenso groß wie der Kreis potenzieller Kunden. Unser Kundenkreis umfasst den einfachen privaten Kunden und geht hin bis zu verschiedenen Museen, die wir mit unseren Fahrzeugen beliefern, für die wir restaurieren. Es zählen unter den Kunden Rechtsanwälte, es zählen unter den Kunden große Speditionen. Also der Kundenkreis ist unerschöpflich und man kann nicht generell sagen, dass ein Interessent für Nutzfahrzeuge unbedingt auch aus der Nutzfahrzeugbranche kommt. Es hat bei der ganzen Geschichte einfach nur mit Kindheitserinnerung zu tun. Echter Respekt vor der alten Technik gehört zur Philosophie des Unternehmens. Ebenso die Einbeziehung der unterschiedlichsten Handwerksberufe. Wirklich nur ganz wenige Arbeiten werden an andere Spezialisten vergeben. Aber auch der einfache Weg zum eigenen Nutzfahrzeug Oldie ist möglich. Wenn man ein Auto findet mit einer guten Substanz, das sollte man lassen. Wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir ein Auto nur fahrfähig machen, indem wir Bremsen und so weiter machen und die Patina versuchen zu erhalten, indem die Autos eingeölt werden und verschiedene Stellen, die jetzt natürlich durchgerostet sind, nur beiarbeiten und Seiten beilackieren, sodass die Patina erhalten bleibt. Also das sollte man schon bei den Autos so lassen. Bei einem Restaurationsauftrag entscheidet bereits die Wahl eines Lkw über die Summe der anfallenden Kosten. Kaum vorzustellen, aber dieser Mercedes-Benz 1113 Rundhauber von 1966 war einmal ein ausrangiertes Feuerwehrfahrzeug. Vorteil ist die hervorragende Grundsubstanz. Und das erklärt auch, weshalb solche Lkw so gefragt sind. Es müssen keine Blecharbeiten gemacht werden. Die Technik ist also in einem sehr guten Zustand. Es ist kaum Verschleiß vorhanden. Und daher braucht man solch ein Fahrzeug in Anführungszeichen nur einmal lackieren, kompletieren wieder und man muss den Kippaufbau erstellen. Dann hat man einen perfekten Kipper für wenig Geld in einem Top-Zustand. Ähnlich wie im Pkw-Bereich ist auch bei den Nutzfahrzeugen das Interesse an Youngtimern stark gestiegen. Beispiel dafür ist dieser Mercedes-Benz NG. Überhaupt gibt es viele Gründe für die Anschaffung solcher Lkw. Die Leute, die heute einen Youngtimer kaufen, die haben vor 30 Jahren mit den Autos zu tun gehabt. Sie haben sie gefahren und können sich auch heute so ein Auto leisten, weil das Auto vom Preis her günstiger ist wie ein 50er Jahre Auto. Und die wissen auch, wenn ich so ein Auto pflege und hege, das wird nicht weniger wert. Im Gegenteil, über die Jahre steigt es sogar. Kunden, die sich Kindheitsträume erfüllen und am Ende glücklich sind. Bei der Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge und dem Nutzfahrzeuge Veteranen Center in Oberhausen gehört das zum Alltag. Ich habe es ja im Laufe der Jahre immer wieder gesehen, wer Fahrzeuge bei ihm gekauft hat, ob nun ein Fahrzeug zum Restaurieren oder ein fertiges Fahrzeug, die Leute fahren vom Hof und sind zufrieden. Man hört ja auch in der Szene. Die Verdienste der Hoffmann-Gruppe um die Erhaltung historischer Nutzfahrzeuge sind enorm und haben sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass die Szene von Jahr zu Jahr wächst. Alleine in der Nutzfahrzeuge-Veteranengemeinschaft haben sich inzwischen knapp 1000 Menschen zusammengeschlossen. Sie alle verbindet nicht nur der Spaß an historischen Lastwagen, sondern auch der feste Wille, die Legenden der Landstraße für die Nachwelt zu erhalten. Sie alle verbindet sich in der Nutzfahrzeuge-Veteranengemeinschaft. Sie alle verbindet sich in der Nutzfahrzeuge-Veteranengemeinschaft.